HeBOLELEUDER Hey survived Leute , willkommen an einer weiteren Folge von ARK Trophy Hunt Ich habe mein Zeug zurück, aber da drüben liegt Spischler sein Zeug, einen Trodo haben wir getötet und wir müssen noch einen zweiten Trodo töten Oder? Einer lebt noch Habe ich das richtig verstanden? Splasher, brauchst du wieder eine Fackel? Ja, bitteschön. Ich habe schon dreimal eine Fackel gecraftet für den Tutti hier. Aber schön. Ich fand die letzte Folge funny. Weiß auch nicht, warum das liegt. So, gehen wir wieder mal drauf? Ja, ich. Du bist ein wertvolles Mitglied. Ja, ich gehe trotzdem drauf. Ich helfe dir, mein Bruder. Wo ist er denn? Hau drauf! Hau drauf! Smetzer, hilf mir! Nein, er ist... Er ist fast tot, er ist fast tot, er ist fast tot. Nein, der ist zu schnell! Ich bin so heftig gehittet. Der ist fucking Level 2! Er ist tot. Er ist tot? Ist er tot? Ja, ich habe ihn auch aus. Aber er hat mich betäubt. Egal, wenn er tot ist, haben wir das jetzt gecleared. Was? Nein! Aus dem Stand ist ein Allosaurus Level 26! Ja, es ist auch mittel. Ähm... Ja, und? Ich wurde aus dem Spawn heraus gefressen! Geil! Ja, so habe ich mich die restlichen 300... Du bist 800 Meter weit weg. Wo bin ich hier? Fuck off my life! Äh... Ich muss gleich in die Richtung. Ach so scheiß! Jaaa... In welche Richtung müssen wir in die, ne? Meine Leiche! Meine Leiche! Jetzt grad du mit den Fackeltropen! Was sind wir denn jetzt? Wir müssen hier hoch halt. Ne, wir können auch am Stand entlang, geht schneller! Ja, ja, und da sind die... Ne, 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 die sind da nicht. Wir können ja auch schon halten, du bist mein Fackelträger. You are my Fackelträger! Da ist ein brennendes Flugzeug! Was? Was? Du bist auch schon ein brennendes Flugzeug. Splasher, das ist nicht wichtig. Wir müssen uns... Zeug holen. Ich hab dir geholfen. Und durch mich... Durch mich hast du jetzt dein Zeug zurück. Hast du dein Zeug zurück? Nein. Geil! Meinst du, ja, schon eben die gespawnt Schlaukopf? Ne, bei mir liegt noch die Leiche da, wenn wir Glück haben. Oder welches das Päckchen? Jaaa... Lassst du mal Licht machen, damit wir was sehen? Ah ne, Licht ist grad kaputt gegangen. Ja, mach ein neues! Ich trau mich hier nicht hin, wenn ich nichts sehe! Was fehlt mir denn? Mir fehlt halt noch ein Feuerstein. Ich bin hier irgendwo beim Dings gestorben. Ne, wir waren ja weiter. Ja, hier ist ja der Kessel erst gerade. Ach ja, stimmt. Ich geh mir noch ein Stückchen weiter. Kannst man aber trotzdem Licht machen, weil auf YouTube sieht man das alles ein bisschen dunkler. Deswegen, ich will nicht, dass die ganzen Zuschauer alle denken... Das sagen voll viele, aber das ist genau dann andersrum. Ne, das ist wirklich so. Das ist aber nur auf dem Handy so. Wenn man auf dem Handy guckt, ist es wesentlich dunkler. Auf dem PC beispielsweise nicht. Und da kommt es darauf ein, wie man angestellt hat. Auf dem Handy ist es meistens dunkler. Kannst du dir mal eine Fackel machen? Timer stellen! Fuck! Jaaa... Wir sind zu professionell. Ah, schön. Okay, dann haben wir den Timer halt jetzt gestellt. Wir starten den Timer immer erst nach 15 Minuten. Hier, den will ich zähmen. Dann haben wir ihn nicht. Nein, wir holen jetzt unser Zeug! Ja, morgens. Dann ist es nicht. Morgens. Morgens. Hier sind wir noch zu früh. Das war viel weiter hinten. Hier ist nämlich erst gleich der Abgang vom Castle. Von, 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 von the castle. Von the castle bridge. Ich dachte nicht so oft. Ich schon. Ähm. Hier noch. Nicht beim nächsten Feld ist es normalerweise. Oh, ich hab mich kreis so von... Oh, der hat gerade gefotzt. Fühl ich gut. Also ich halt sowas auch von mir. Da vorne. Ich kann nicht mehr reinhören, sorry. Ja, geht wieder. Ja, weil du springst. Du darfst nicht springen. Ja, ich bin ein Spring ins Feld. Splash läuft nicht so weit weg mit deinem Licht. Hier ist ein Rucksack. Ich glaub dir, da kommen noch so drei aus dem Wald. Hier ist Splash. Okay, das ist ein Implantat. Ein Implantat. Hier ist ein Rucksack. Die nimmst du nicht wieder mit. Wir haben eine ganze Kiste davon. Ich sammle die. Hier liegt auch ein Rucksack vorne. Ja. Auch wieder Splasher. Und hier liegt noch ein Rucksack vorne. Auch wieder Splasher. Und wo lieg ich bitte? Hier. Ach, ich lebe ja sogar. Also ich lebe noch. Ich hab dich noch verteidigt. Das sollte ich ja. Nice. Oh man, wie viel Pech hab ich denn. Ich kann mich nicht von mir trennen. Ich nehm mich jetzt einfach mit. Komm Splasher. Wir gehen zurück zu Beige. Den können wir aber bitte im Käfig machen. Was denn? Dein Körper? Ich guck jetzt alles. Ich bin noch hier locker nicht so oft an den Strand gestorben. Wo ist denn mein Item fucking... Ja, das ist schon lange die gesponsed. Sehen wir es sein. Ne, muss gar nicht sein. Komm auf an, wo du das erste gestorben bist. Ja, hier. Genau hier. Spiel Level 30 habe ich gerade mal in der Leiche gesehen. Ah geil. Schalt gar nichts wieder ab. Ich ist ein Ovi. Jetzt mal nicht jammern hier. Wir kriegen das schon wieder hin. Keine Sorgersplasher. Ja, 100 Pfeile wieder weg. Dann craftet ihr doch nicht immer 100 Pfeile. Da reicht doch, wenn man 20 dabei hat. Nimm nicht immer alles mit. Später, wenn wir ein Maschinengewehr haben oder so. Und richtig viel Munition dabei haben. Und dann sterben in der Höhle. Oder in Lava fallen. Dann wird es dich abfucken. Splasher. Warte nochmal da drauf. Dann wird es ein paar richtig geile Ragequits von Splasher geben. Alter, hast du gerade auf mich geschissen, du fucking Dodo? Das geht ja gar nicht. Grillhühnchen! Brenne! Ist da jetzt gegrilltes Fleisch drin? Splasher, weißt du was? Weißt du was du machen könntest? Was denn? Rüstung. Lederrüstung, bitte. Danke. Na, ich bin zu... Oh, weißt du, wie viel Leder ich hatte? Ich hatte uns das ganze Leder. Splasher! 400. Es ist vorbei. Dann nehm ich immer alles mit. Man nimmt nur das nötigste im Inventar mit. Ne, das hab ich alles erfarmt. Bitte? Ja, trotzdem nimmt man das nötigste im Inventar mit. Dann bringt man nach Hause, wenn man viel Zeug dabei hat. Ark ist gemein, merk dir das? Ja, du bist auch gemein. Ich bin auch Ark. Ich sag auch nix dagegen. Ich bin auch Ark. Das weiß nur niemand. Auf Leben zu gehen, fuckt mich gerade minimal ab. Darum will ich nie wieder auf Leben gehen. Dann geh nicht auf Leben. Ich geh auf Schlagfertigkeit. Das heißt, ich möchte jetzt wieder Sachen one-hitten. Ich will Sachen one-hitten. Ich zähme nix mehr. Doch, wir müssen zähmen. Wenn die kleinen Viecher kommen. Denk mal, du hättest jetzt einen gezähmten Raptor dabei gehabt. Der hätte die weggemacht. Das wär geil gewesen. Oh ja, siehste mal. Müsst ihr doch zähmen, ne Splasher? Nur Raptoren. Und Angriff. Ja, schon Angriffszeug. Und Dodos für einen Hühlersteil. Wir müssen ja einen T-Rex. Und ein Skeptchen oder so. Ja. Einen T-Rex. Ja. Und natürlich... Einen Giganochosaurus. Ja. Das ist ein Achievement, du Depp. Ach ja stimmt. Weih war's mit Trophy-Hand. Und ne Schlange kann man zähmen. Nee. Aber es ist ja kein Sattel. Doch. Ne Schlange kann man zähmen? Wirklich? Ja, wurde zugefügt. Ah. Okay. Ich bin aber wieder at home. Kann man gut täuben. Täuben kann man? Ach ja stimmt. Auch mit nem Skorpionglauen gut betäuben. So. Was nehmen wir uns denn heute vor für die Folge? Ähm. Überleben. Zehn Minuten haben wir ja noch. Kannst du bitte in das, ähm, wieder... Wie heißt das? Vorskippen bitte. Wie weißt du? Was? Vorskippen, was? Mh, halt so vorspulen. Was vorspulen? Es wird grad Tag. Was willst du vorspulen? Ja, für den Tag. Wegen... Bei Tag bei Arc ist viel geiler Eisen danach. Es wird grad Tag. Ja. Was meinst du mit Vorspulen? Es ist schon Tag. Ich brauch nicht mehr Vorspulen. Ich muss jetzt halt ja alles... Oh, die 20 Eisen muss ich wieder erfarmen. Splash, ja? Jetzt hör auf zu mummen. Und mein Hund. Der ist gerade aufgewacht aus dem Tiefschlaf. Was so? Lolli Dude. Ah, hier ist unser Oh-Dodo noch. Bist du weiblich jetzt endlich geworden? Sonst kannst du... Das ist doch der Pinke doch. Hallo Pinky. Ja, schlag den Kau. Ähm, Rion, ich hab gerade ein Dodo mit der Faust geschlagen. One Punch Man bin ich. Ja, das bringt uns aber nichts an. Lass mich doch die Frauen schlagen. Ja, hier. Was? Ne, das ist ein Mann. Ich schlag auch Männer. Ich wusste das sexual... Ich bin offen für alles. Hier sind jetzt keine gefälligen Tiere. Wäre irgendwie so geil, wenn wir einem Raptor so einen Headshot mit so einem Folgungsfall geben. Der war instant down. Wäre instant down. Ich weiß. Das wäre halt so geil. Und Leute, falls ihr uns schon Tipps in die Kommentare geschrieben habt, in Sachen von Dodo-Themen, warum das nicht funktioniert... Wir können es noch nicht lesen, weil wir nehmen im Moment noch im Stück auf. Das ist die letzte Folge, die wir jetzt im Stück aufnehmen. Nein, noch eine. Ne, 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 ne. Wir müssen den Zuschauern auch die Möglichkeit geben, Kommentare zu schreiben. Aua! Das war ein halber Meter, als ich gerade runtergefallen bin. Ja, krass. Wo ist jetzt der Dodo? Ich hab den Dodo verloren. Hä? Verlässt du mal alles. Wo ist der Dodo? Ne ehrlich jetzt, wo ist der Dodo? Hä? Sind sie verarschen? Wo ist der Dodo? Wo ist der Dodo? Hä? Hier! Wo ist der Dodo? Ach da! Ich hab halt gar keine Beeren oder Samen dabei. Ne, der hat auch eh keinen Hunger. Ich weiß nicht, was wir ihm mal falsch machen. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Weißt du mal, was machen? Guck er mal. Qua? Ich bin auch so sozial, was ich gerade auch mache. Wo ist denn? Ja, warte, ich repariere. Gerade. Das ist für den Dodo. Kann man den dahin platz... Ja, man kann... Wo steht der hier? Ist der nicht mehr? Ja, äh... Hast du deine Regel? Hier. Was? Was hast du gemacht? Warum? Warte mal. Der kriegt doch... Ich will ihn aufs Feuer legen. Wo ist er? Wo ist er denn hin gefloppt? Ach hier ist er ja. Leg ihn aufs Feuer. Gucken, was passiert. Egal, leg ihn drauf. Können wir nachher hin zu unten wieder. Ne, ich kann halt... Hab ich ihn noch? Ne, er geht nicht weg bei mir. Du hast ihn. Ich muss ein Dreieck draufdrücken nach dem Dodo. Ich muss nach unten gucken. Wie scheiße. Ich heu ihn rauf. Ne, kann ich nicht. Warte Dodo fuck. Warte. Scheiße. Oder... Vielleicht werden wir schlau und entzünden. Lassen das Feuer einmal aus. Und springen drauf. Und legen ihn dann aus. Hab ich ihn Dodo noch? Ne. Da liegt er. Mann. Wenn man springt, dann lässt man ihn aus. Rion. Perfekt. Wo er dort. Perfekt. Wollen wir ihn braten? Wir haben einen dicken Braten in der Röhre. Rion, guck einmal. Es ist so ein Lichtstrahl. Es ist so schön, guck einmal. So macht man das in Ark. Was denn? Ja! Boah, spring runter. Ich wär grad wirklich fast gerade ausgelaufen. Spring runter. Alter, was hättest du gemacht, wenn ich jetzt runter geschwungen wäre? Ja, wär's tot gewesen. Wär lustig gewesen, denk ich mir. Oh, er hat endlich den Stein abgebaut, Rion. Wer hat den Stein abgebaut? Der hier. Der langen Hals. Der Big Bubba. Und willst du dir den Airdrop holen? Ist ein weißer. Kann man vielleicht im Flug so abholen. So, hi. Ja, komm, gehen wir runter. Boah, nein! 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 Ich bin unten. Was hast du? Alter! Weißt du, wie geil das grad war? Ja. Ich bin grad so richtig runtergerutscht, wie so eine Achterbahn. Aber ich spawne genau vom Kessel. Ich spawne genau vom Kessel. Ich bin schon im Kessel, weil ich immer teleportiert werde. Das hab ich angemacht, wenn du zwei. 20 Meter auf dem Stern bist. Schön. Finde ich gut. Das ist so ne... Fuck. So Leute, wir hören uns noch den Airdrop, da warst du das auch mit der heutigen Folge. Dann könnt ihr uns nur mal Tipps in die Kommentare schreiben, ob wir die auch wahr machen können. Wir müssen jetzt richtig farmen jetzt gleich. Unsere ganzen Items wieder zurück. Ja, Leute, wir werden zwischen den Aufnahmen noch ein bisschen farmen, damit wir nächstes Mal im Bau noch ein bisschen mehr eskalieren können. Aber Rion, ich warte bis zur nächsten Folge nicht leider. Ich setze den Crafting Table gleich halt. Nein! 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 Wo ist meine Leiche? Bessere Waffen! Äh, da vorne. Ich bin blind, ich bin Blindfisch, jetzt lass mich. Ja. Nein, der Re... Ich hab sie nicht gemacht. Was hast du grad gemacht? Ich hab sie nicht getebacked. Give it that. Hehehe. 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 Schön. Der Adrop ist leider weg, ich weiß nicht wieso. Was hast du gemacht? Hehehe. 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 Daumen hoch. Hehehe. So. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Ark Trophy Hunt. Ich bin schon richtig gespannt auf eure Tipps und auf eure Kommentare und auf euren Hate. Hehehe. 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 Okay, jetzt haben wir wenigstens schon ein paar Folgen und ja, schreibt auch eure persönliche Meinung zum Projekt. Auch alle Anregungen usw. Das heißt... Und bewertet auf jeden Fall die Folge. Und dann verbleibt mit einem Re... Und sagt tschau, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Morgen 13 Uhr Ark Trophy Hunt. Tschau! Das heißt, morgen kommt sofort die erste Folge. Tschau! Hehehe.